Hey, Fresh Family! Hey, Fresh Family! Was geht ab? Fresh, das ich eingeschaltet habe! Juhu! Es ist ein bisschen lauter und ein bisschen ein bisschen schreien. Ja, wir müssen ein bisschen lauter reden. Wir stehen nämlich gerade an der Straße. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hamburg. Nach Hamburg City, let's go! Wie ihr im letzten Video mitbekommen habt, haben wir die Gemüse-Pizza, die Grill-Gemüse-Pizza, von Capital Brrrr! 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 Ja, okay, chill mal hier. Nicht gefunden. Da wir jetzt auf dem Weg nach Hamburg sind, haben wir gedacht, verbinden wir das gleich und machen uns gleich auf die Suche nach der Pizza. Wir denken nämlich, dass wir in Hamburg mehr Glück haben als hier. Und deshalb seid gespannt, ob wir die Pizza finden werden. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann vergiss auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, uns zu abonnieren und uns in die Kommentare zu schreiben. Oh, wir sind auf dem Fahrradweg. Oh, peinlich. Warte. Entschuldige. Werde ein Teil der Fresh Family, kann ich nur sagen. Es ist so spannend mit uns. Und ich denke, wir machen das eigentlich auch gut. Würde ich auch sagen. Wir sind auch richtig fleißig. Und ja, es kommen jede Woche Videos hoch bis Ende 2020. Also, was erwartest du? Wenn du eine Langeweile hast, schaust du einfach bei uns vorbei und dann bist du... Ein Team der Fresh Family. Nee, nicht ein Team der Fresh Family. Dann hast du deine Langeweile bekämpft. Ja, okay. Beides. Genau. Und bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende. Und am Ende des Videos werden noch Leute gegrüßt. Okay, lass mal jetzt los. Und wir müssen los. Ciao. Hallo. So, mein Schatz. Einmal hinsetzen, anschnallen. Los geht's. Los geht's? Ja, los geht's. Nein. Papa muss dich anschnallen. Ja. Machst du zu? Ja. Okay, okay, okay. Warte. Gib mal seinen Schnaller. Ich schnall ihn jetzt an. Ich schnall ihn an. Oh, Papa. Nein, ich schnall ihn an. Nein. Ich... Ich... Ich schnall ihn an. Schaffst du das, Kate? Ja. Kate möchte jetzt alles alleine machen. Finde ich auch gut. Er wird immer mehr selbstständiger. Und Mama denkt sich so gerade so, warum willst du wieder reden? Warum willst du wieder... Da reinmachen. Hier rein. Ja, sehr gut, Kate. Hey. Haha. Er freut sich. Das warst du aber gar nicht. Ich war das. Hier ist angeschneit. Und das nervt ihn. Deswegen lassen wir das immer so. Und jetzt machen wir los. Also Wurst essen oder was machen wir jetzt? Ich hab so Hunger, ja. Wir müssen aber eigentlich nochmal zurück. Ich auch Hunger. Äh. Und wieder Tank. Oh. Nee, 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 nee. Oh. Wer wird an der anderen noch ganz tiefe mehr? Schwach, 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 Schwach. 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 Okay. Heute, wir melden uns, wenn wir am Wurst standen sind. Und unser Wurst essen. Ich freue mich drauf. Du auch, Mama? Juhu. Okay, du auch Wurst? Ja. Wieso pup bist du immer? Wieso pup bist du immer? Aber okay. Welche Wurst? Du meintest, unser Wurst. Ja, unsere Wurst. Achso. Ja, du bist ja mal der Deutsche, das ist ja nicht schlimm. Ich bin... Ja, okay, bis gleich. Ja, meine Lippe. Was mit deiner Lippe? Meine Lippe blutet das. Deine Lippe blutet? Ja. Nee, deine Lippe blutet nicht. So, Leute, wir sind an der Wurstbude angekommen. Und mein Schätzelein hat hier schon leckerschmecker Essen dabei. So. Hier, viel Klarkauer für dich. Nee, echt nicht. Du kleines Kind hier, dein Monster. Oh ja, meine Monster. Bist du glücklich? Ja. Das kriegst du nur, wenn du dich einmal richtig freust. Juhu. Sehr gut. Dankeschön. Oh mein Gott, Leute, das schmeckt so lecker. So, Leute, ich lasse es mir schmecken. Guten Appetit, Daisy. Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Hier in Emson, Krakauer für 1,80. Leute, kommt alle hier hin. Hier ist Center A23. Beste, Leute, unnormal lecker und so günstig. In Hamburg zahlst du für den Krakauer, glaube ich, 3 Euro oder 4 Euro, ne? Fast 4 Euro, ja. Deswegen liebe ich Emson. Krakauer Beste, ansonsten Emson ist Kaff. Okay, Leute, wir melden uns später. So, meine Lieben, wir sind in Hamburg City angekommen. Und jetzt fahren wir kurz zur Edeka und checken ab, ob die diese Gemüsepizza am Start haben. Was sagt ihr? Kriegen wir die Pizza hier in Hamburg, ja oder nein? Weil das ist eigentlich eine Großstadt. Die Wahrscheinlichkeit ist doch viel, viel geringer als auf dem Dorf, oder? Meinst du? Aber dann wird ja auch mehr produziert und mehr geliefert. Das stimmt. Okay. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt, wir gucken jetzt. Das ist jetzt eine 50-50-Risiko. Oh, du weißt, was ich meine, jo. Ho, ho, ho. Ho, ja, ho. Muss ich allein rein? Because die Kinder pennen. Okay, du kommst nicht mit. Nein, es geht nicht. Und zeig mal den Kinder, die Süße. Meine Masi, die schlägt auch. Die Mausi rein? Willst du die Kamera mitnehmen? Ja, klar muss ich die Kamera mitnehmen. Na klar nimmst du die mit, du. Oh, okay, ist wach jetzt. Hallo, Baby. Oha, guck mal, wie böse er guckt. Kay, möchtest du mitkommen? Willst du mir Papa Pizza holen? Ja. Kay, diese Pizza, was wir gegessen haben, ne? Rinder, Salami, aber heute geht es um Gemüse. Kay, sag mal, Capital Bra. Alper, keine Lust. Kommst du mit oder nicht, Kay? Ja. Jetzt geh ich alleine. Nein, sag ich, komm mal. Kommst du mit? Ja. Okay, komm, mein Schatz. Ah, Leute. Kay hat übrigens jetzt seit neuestem immer seinen Feuerwehrwagen dabei. Zieh mal deinen Jagdhaus, das ist warm. Guck, Papa hat auch Jagdhaus gezogen. Guck mal. Wiii. Komm, wir laufen. Wiii. Möchtest du sowas haben? Warte mal. Warte mal. Okay, okay, okay. Yo. Hä? Warte mal. Ist es vorher hoch? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Da einfach hoch. Okay. Kay, bist du ready? Okay. Genau, Kay. Okay. Guck mal da rein. Guck mal so. Guck mal so. Ja genau. Okay, jetzt fragen sie mal, ob die die Capital Bra Pizza haben, ne? Hier sind die Pizzen. Schilling Sie? Ja. Haben Sie hier diese Capital Bra Pizza? Ich glaub, die ist ausverkauft. Ausverkauft? Das waren die hier, ne? Kapital. Die lagen hier. Oh ja, stimmt. Oh man, schade. So mein Schatz, was möchtest du haben, Kay? Du bist noch ein bisschen verschlafen, ne? Kay, was möchtest du haben? Ja. Oh, wirklich schnell. Pizza? Ja. Ja, wir gucken jetzt, ob wir das finden, ja? Check. Ja, fast. Yeah. Wee. Schade, Kay. Alles ausverkauft. Ja, war leider ausverkauft. Schade. Und wir haben jetzt nur noch einen Strich Akku. Okay, dann mach die Kamera aus, abzureweln. Ja, ne? Let's go. Zeig nochmal. Let's go, aber auf energisch. Let's go. Und jetzt ist Rewe dran. Let's go. So Leute, jetzt bin ich hier. Auch kein Capital Bra Pizza hier. Entschuldigen Sie. Haben Sie diese Capital Bra Pizza? Da haben Sie einen Moment über die Kräne. Ah, ich hab doch nicht so richtig gesehen. Die Mone haben wir im Moment. Doch, das ist perfekt. Dankeschön. Geil, geil, geil. Ab zur Kasse. Leute, ich mach auf dich. Ich hab die Pizza gar nicht bekommen und so. Ich hab's schon gesehen. Was hast du gesehen? Den Karton. Hast du Karton? Was redest du? Keil, ich hab nichts bekommen. Sag mal, Papa, doch. Wo ist die Pizza? Wo guck Keil hin? Pizza. Alles ausverkauft? Mhm. Ach man, ey. Das macht gar keinen Spaß. Ich hab das so schlecht geplant, ey. Okay, wo ist die Pizza jetzt? Bestimmt da unten. Wo? Ach du Scheiße. Ey, das Ding ist Daisy. Guck mal, ich war da, ne? Okay, guck mal hier. Das ist grün. Nee. Ich will nicht wissen, was er damit meint. Nee. Locker auf den Marihuana Hanf. Meinst du? Safe. Dann darf Keil das ja gar nicht. Nein, ist nicht Marihuana gemeint. Das ist ja auf den Creme fraiche. Oder man kann das so sehen, dass es gewürzt ist, weißt du. Aber das Zeichen erinnert schon an irgendwas, weißt du? Okay. Das will ich nur damit sagen. Guck mal, ich bin erstmal reingegangen. Sehr schön. Ich geh da hin, ich guck. Ich hab nichts gefunden. Ich denk mir so, okay, hier ist wieder nichts. Da hab ich einen Mitarbeiter gefragt. Meinte ich so, haben Sie die Kapital-Bra-Pizza wegen Mundschutz und so? Er hat mich so schlecht verstanden, ne? Ja, ja. Er guckt so. Alles klar, dann ist er einfach losgegangen, ne? Und du hast was zwischen den Zehen. Ich glaub, das ist von Wurst noch, ne? Wo denn? Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Dann ist er hingegangen, ne? Das ist nicht so schlimm. Dann ist er hingegangen. Und warte mal, er guckt. Er zeigt mir das direkt. Ja, wir haben nur die grünen. Die roten haben wir nicht. Ich denk mir so, Jackpot. Wir haben ja das Rote schon probiert. Ja, ja, ja. Und jetzt grün. Ich denk, wow. Kay, freust du dich? Ja! Du wolltest das Gemüse, ne Kay? Zuhause wird sie probiert. Magst du Gemüse? Ja. Aber du siehst so traurig aus, Kay. Wieso? Was ist los, mein Schatz? Hm? Gibst du mir einen Kuss aber? Mua. Dankeschön. Guck mal, Kuss nicht mal richtig und so. Was ist mit ihm los, Desi? Irgendwie so schlecht gelaunt. Ich hab ja nicht ausgeschlafen. Ja, ne? Egal! Dafür haben wir Capibra Pizza! Bra, bra! Die gucken uns schon so komisch an. Die Capibra Pizza haben wir! Mua, mua, mua! Freust du dich? Jaaa! Ich bin gespannt, ob sie genauso schmecker schmeckt. So lecker schmeckt wie die Salami Pizza. Nee, ich glaub, das wird anders sein. Weil hier ist das nur Grünzeug, ne? Ja, ja, ja. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt! Wir sind doch heute den ganzen Tag unterwegs. Wie machen wir das? Ich würde das aber gerne zu Hause irgendwie probieren. Ja, oder wir probieren sie halt bei Schwiegermami. Nee. Irgendwie nicht. Das ist ja auch warm, weißt du? Ja. Lass das mal in den Kühlschrank oder so lagern. Also mit hochnehmen. Ja, genau. Und dann auch mal ein Gefrierfach packen. Ja. Ich glaub, besser so. Ja. Und wie war's mit Pampers? Sollen wir jetzt noch Pampers nur für K? Lidl? Ja, ja. Budni, Budni, Budni. Ich dachte, ne, Lidl war doch immer. Ja, unterschiedlich. Egal. Okay, Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall. Lidl lohnt sich. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Anschnallen, bitte. Ja, natürlich anschnallen. Und jetzt auf den Weg zu Lidl. Pampershuhn. Bis gleich. Krieg ich gleich einen Kollaps. Kannst du noch mal Fenster aufmachen? Mach ich. Danke. Sag mal deinen Fans Hi. Hi. Du meinst, er soll Fenster aufmachen. Sag mal deinen Fans Hi. Original niemand. So Leute, jetzt sind wir bei Oma angekommen. Und wir müssen sagen, Leute, dass wir uns später erst wiedersehen. Also wir werden diese Pizza später probieren, wenn wir zu Hause sind. Und Mama macht Selfie, weil sie sich wieder fühlt. Sie darf ruhig. Also warum nicht? Also man lebt nur einmal und wenn man die Gelegenheit hat, und wenn man sich fühlt, ne? Warum nicht? Dann mal los, ne? Dann mal los. Und Kinaya? Fühlst du dich auch? Nee, sie plant einfach. Aber sie fühlt sich auch. Natürlich, sie darf auch. Fühlen sie es wunderschön. Okay, Leute. Dann würden wir sagen, wir sehen uns, wenn wir wieder in Emson sind. Und dann bis später. Bis. Leute, das haben wir gestern leider nicht mehr geschafft. Ihr fragt euch, wie es mir geht. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Und ihr fragt euch, wie es uns geht. Uns geht es gut. Uns geht es gut. Uns geht es gut. Uns geht es gut. Warte mal. Okay. Bisschen Unordnung hier, Leute. Du weißt ja, gestern waren wir noch bei Oma. Haben noch bei Oma gegessen. Du hast mit Serena gespielt, mein Schatzi. Du warst auf dem Spielplatz. Okay, was hast du noch gemacht gestern? Schaukelt. Ah, geschaukelt. Ja, stimmt. Kay hat geschaukelt. Wir probieren heute die Gemüsepizza von Kapital Bra. Bist du ready? Oh, ey. Bist du ready, Kay? Kapital Bra Pizza? Kapital Bra Pizza? Yeah. Bra. Mach mal so. Bra. 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 Sag mal Kapital Bra. Genau, Leute. Das war Kapital Bra. Komm Kay. Wir gehen jetzt in die Küche. Guck mal. Was? Mach den Kühlschrank auf. Hier, Leute. Warte mal. Stopp. Das hier hat Kay gemalt. Was sagt ihr, Leute? Schreibt mir in die Kommentare. Hat der das gut gemacht? Ein Monster. Was ist das? Monster. Oh, ist das ein Monster? Ja. Ah, hast du gemalt, ne? Ja. Antine. Hast du sehr gut gemacht, Faust. Aua. Kay kommt an. Oh, Kay, du bist gewachsen. Oh, oh. Ja, Kapital Bra. Kapital Bra. Ey, was liest du drauf? Auf Gesundheit. Okay, Kay, wollen wir die Pizza probieren? Ja. Okay, dann macht Papa das auf. So, mein Lieben. So sieht die Pizza aus. Die Gemüsepizza von Kapital Bra. Tja. Wow. Wow, 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 Kapital Bra. Kay, sag mal Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Kapital Bra. Aufmachen. Du wolltest das reinpacken, ne? Ja. Ich helfe dir. Genau so. Sehr schön, mein Schatz. Super. Ich hab richtig Bock auf diese Pizza, Leute. Ich hab nix gegessen. Wir sind gerade wach geworden. Das ist quasi unser Frühstück. Zu. Machst du zu? Ja. Wow. Au. Mama. Mama. Ja. Aufstehen. Ich soll aufstehen? Ja. Ich bin aber noch müde. Wow. Tom, ich lass mir die Pizza reinmachen. Hast du die Pizza reinmachen? Ja. Nein, Papa hat die reinmachen. Also Papa hat die reinmachen? Ja. Hast du Papa geholfen? Ja. Voll. Und die Kinaya? Zeig mal die Kinaya. Kinaya schläft. Zeig mal. Die Mausi. So, Kay. Zeig mal, dass du das kannst. Leute. Kay kann jetzt seine Hose anziehen. Er sagt immer, ich alleine. Ich alleine. Kay, zeig mal. Oh, man. Schon nimmt man auf, machst du es schon falsch. Oh, nee Kay. Mano. Jetzt hast du mich enttäuscht. Soll ich dir helfen? Guck mal so. Genau. Richtig. Super. Super. Okay, jetzt gucken wir nach der Pizza. Gehen wir zur Seite. Oh, ich glaub die Pizza ist fertig. Ai, 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 ai. Das sieht aus. Oh, geil. Goldbraun. Knusprig. Aber in drin. Softie. Möchtest du das machen? Ja. Hier, okay. Darfst du machen. Guck mal, ob du das schaust. Kann Papa das machen, mein Schatz? Komm. Ja. Ich mach das jetzt, ja? Ey, Corona. Corona-Varis. Corona-Varis. Was machst du da? Nies einfach drauf. Okay, mein Schatz, guck mal wie Papa das macht. Guck mal, das ist ein bisschen hart, weißt du? Guck mal. Wow, das ist aber echt soft in drin, ja? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Okay, magst du Gemüse? Ja. Sicher? Okay, werden wir gleich sehen. Bra. 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 Du musst so sagen. Bra. Nein, nicht so. Bra. Bra. Kapital Bra. Katapoda. Pizza, Pizza, Pizza. Mia, Miele, Meins, Pizza. Ja, das ist deins. Ja, ich schneide dir das gerade. Aua. War ein bisschen heiß? Ja, es ist heiß. Die Hand tut weh. Pass auf, ja, meine Hand tut weh. Oh. Kann ich pusten? Pusten? Oh, Dankeschön. Mua. Ja, die Tart ist jetzt wieder. Mhm. Die Guck und Mama jetzt essen. Jetzt, Mama, genau. Guck und Mama, seit Mama ausstehen. Hier werden wir jetzt unsere Pizza essen. Wow. Okay, aufpassen, das ist ein bisschen heiß. Okay. Pass auf, pass auf. Okay, okay. Okay, aufpassen, das ist heiß, ne? Du musst pusten und so. Oh, das sieht aber lecker aus. Nein, der Papa scheitert. Papa hat das geschnitten? Ja. Oha. Darf ich auch? Okay. Okay, aufpassen, das ist heiß, aber, ne? Ich nehme mir gleich, ja? Mh. Mh. Lecker! Lecker? Oh, das sieht aber echt lecker aus. Mh, lecker! Oh, lecker! Oh, lecker! Mag er das? Oder schaust er gerade nur? Ich glaube, er weiß nicht, dass da Gemüse richtig drauf ist. Weil die Salami war doch, du weißt doch, war Bombe. Obwohl, da ist jetzt dran. Darf ich probieren? Ja. Mh, lecker! Mh. 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 Lecker, Kay? Bisschen heiß. Bisschen heiß, ne? Mama, probier mal ein Stück und sag mal, wie es schmeckt. Bisschen heiß. Ich nenne das hier mit Zucchini, weil du magst keine Zucchini. Nee, ich mag eigentlich, ah, ich mag keine Zucchini, ehrlich. Ich möchte andere, nein. Also zum Teil kann ich nur immer wieder sagen, wow. Beste? Mhm. Und dafür, dass es eine Gemüse-Veggie-Pizza ist, finde ich, ich schmeckt sie ganz gut. Schmeckt gut? Mhm. Das zu den anderen, was ist besser? Zu der Rindersalami? Also Rinds finde ich nochmal, die Salami-Pizza ist nochmal besser. Ja. Aber auch einfach nur, weil ich ein Fleischesser bin. Ich auch. Okay, pass auf. Kay, Kay, nein, du hast... Warum möchtest du das mal essen, Kay? Warte. Trotzdem was? Du hast noch nicht fertig gekriegt. Kay, nimm doch mal das, das ist für dich. Wieso möchtest du die großen Stücke, meine Schatzi? Trotzdem finde ich süd, ja. Kann man essen, schmeckt schon gut. Ja? Ja. Bei wie vielen Likes probieren wir beides gleichzeitig? Bei 5.000 Likes probieren wir beide gleichzeitig. Ne? Dann vergleichen wir, um welche besser. Und dann gehen wir nochmal konkret darauf ein, was wo besser ist. Genau so sieht's aus, Mami. Kay, schmeckt dir das? Ja. Sag mal ab 5.000 Likes. Alle Kacke Likes. Nein, sag mal ab? Ab. Fünf. Fünf. Tausend. Kann ich. Likes. Likes. Sehr gut, Kay. Ja. So Leute, jetzt ist Papa dran. Oh. Nee. Zu viel Grün. Und ich feier das nicht. Also Rindersalami war auf jeden Fall viel, viel besser, Mama. Ja. Vor allem 1-10 würde ich das hier 4-5 geben, ja? Oha. Und du? Also ich hab ja der Rindersalami eine 8 gegeben. Ich würde ja auch so eine 4 geben. So Leute, jetzt habt ihr das Video gesehen. Und wie gesagt, ab 5.000 Likes. Ich hab da was, ne? Ja. Aber ist nicht schlimm. Hätte man aber nicht gesehen. Ist nicht schlimm. Ab 5.000 Likes, Leute, probieren wir die Rindersalami und Grillgemüse zusammen. Auf jeden Fall Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst was zu tun ist. Like nach oben. Abonnieren. Genau. Daumen nach oben. Abonnieren. Glocke aktivieren. Und werdet ein Teil der Fresh Family, kann ich nur sagen. Und jetzt werden noch ein paar Leutchen gegrüßt. Genau. Und zwar wird Game Boy X Master gegrüßt. Liebe Grüße an dich. Und dann wird Dalai Romai. Liebe Grüße an dich. Schöne Grüße gehen raus an John Brawl Stars. Okay, sag mal. Was, Papa? Sag mal, schöne Grüße gehen raus an... Die haben wir schon mal gegrüßt. Haben wir schon mal gegrüßt? Ja. Okay, ist nicht schlimm. Dann suchen wir schnell hier. Schöne Grüße gehen raus an Frank Fink. Liebe Grüße an dich. Nee, sorry. Schöne Grüße gehen raus an Franz Fink. Ach so, Franz. Schöne Grüße gehen raus an Taha Köxel. Schöne Grüße gehen raus an Julian. Sag mal Julian. Julian. Blum. Blum. Juhu. Das war's. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße. Wenn auch du da draußen gegrüßt werden möchtest, dann sei auf jeden Fall bereit dazu, den Kanal zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren und uns in die Kommentare zu schreiben, dass du das erledigt hast. Ja, sehr gut. Und aus welcher Stadt du kommst. Wie alt du bist und und und. Das interessiert uns sehr. Wir lesen uns das durch. Genau. Bis zum nächsten Video. Peace out. Bye, bye. Bye.